Hilfe! Hilfe! Ich fahr quer! Sie kommen. Oh. Du hast es wollen? Mit EINEM HP! Alter, ich hab' gerade gesehen! Ich hab' gerade gesehen! Ich hab' gerade gesehen! Der erste hat mich auf 1 HP geschossen. Das waren meine. Das waren meine, alle. Wir müssen den Nate, passt auf! HÜH! Gefäng! Ja! Einer ist im Haus drin! Wann wir rein? Ja! Ja! Falte weggegeben! Hier vorne! Ein Café! Und hier rechts an der Mauer! Ein AP! Einer! 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 Schnauze, oder? Ja! Ich krieg jetzt irgendwie auf die Fresse! Halt nichts! Halt nichts! Halt nichts! Halt nichts! Ich hebe auch einfach ab! Ich hebe auch einfach ab! Bist du auch nach oben abgehackten? Ja! Nach oben! Oh! Oh mein Gott! Was ist passiert? Das ist einfach nach oben geflippt! Wann wir gerade irgendwie fucking Cheater auf dem Surfer? Ich hebe gerade die ganze Zeit nach oben ab! Wieso hebe ich ab die ganze Zeit? Oh! Oh! Gleich passiert es glaube ich wieder! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Einer da und der andere ist im linken Haus daneben! Ja! BAM! Hast du beide? Jawoll! Was immer todert auf der Street! Das könnte hier stoppen! Macht es aber nicht! Hm! Nee! Nee! Bitte! Ey! Ich hoffe die waren das! Ja! Oh mein Gott! Es waren es! Ich glaube es nicht! Free loot! Der! Links! Wahnsinn! Den einen habe ich fast! Den am rechten Felsen! Der nächste Kreise müssen wir in den Wald pushen! Ja! Dann können wir ihn von der Seite holen! Da liegen jetzt Waffen rum! Was passiert denn da? Da liegen Waffen auf dem Boden! Wo? Bei dir direkt? Ist er das connected? Ja! Da ist er! Headshot! Ah! Hä? Achso! Headshot hast du gemacht! Okay! Ja! Aber der andere Methodim ist tot! Einfach so! Was? Der ist durch Angst gestorben! Durch die AWM, Alter! Der ist einfach disconnected! Wir können auch außen rum rennen bei zwei Minuten Zeit! Ja! Wohin? Ach fuck! Stimmt! Wir müssen an den Berg vorbei! Wir müssen einfach an den Berg rennen! Ja! Dann los! Nein! Warte! Okay! Und erst mal scouten! Oh! Hinter... 355! Geh hinter den Baum! Ja! Ja! Er pusht dich! Nein! Ich bin Angst von nirgends! Wir sind zu! Warte jetzt! Da kommt er! Alter! Ich hab ihn gefinished! Ich hab ihn gefinished! Was ist denn sein Weg? Weg zu mir! Hast du den? Mhm! Wir müssen wieder links gucken und oben! Oben! Was auf dich? Ja! Ach scheiße! Direkt vor uns! Da haben wir echt ein Problem jetzt! Ja, die müssen aber auch laufen! Der sieht... Du siehst den jetzt direkt! Knock! Laser! Scheiß drauf! Laser! Direkt vor uns! Lauf! Hast du? Ja, lauf einfach! Ja, der hat zwei, drei hits von mir! Der muss sich heilen! Jetzt stirbt der! Macht er, ja! Da bin! Warte mal, das ist mal ein Solo! Vorsicht! Andere wahrscheinlich vor uns sein! Ja! Da ist er! Ah, ich höre viel! 10 Uhr! Richtig Zeit fürs Mittagessen! Hier hat er noch eine Seite, Niklas! Achtung! Das ist der Schritt dafür hier! Gut! So, ich lehne es vorbei! Achtung! Der letzte ist nach rechts! Der sieht hier gerade aus! Der runtergerannt! Ich finde ich den hier kurz! Oh nice, sehr gut! Komm mal! Haben die irgendwas für mich? Halt dich! Halt dich! Was ist das hier? Oh Gott! Hier ist nicht der Bug, der kam ja nicht mehr raus! Oh nein! Weg! Alter, war das knapp! Aber was ist ein Witz, Alter! Komm, scheiß dich nicht ein! Fuck, jetzt bin ich hier drin! Nein! Und jetzt? Komm ich nicht raus! Wie komm ich raus? Ich komm nicht raus! Mein Gott! Du musst einfach springen! Nach draußen wieder! Ja, das geht nicht! Ich drück doch mal Leertaste! Versuch irgendwo Fassen zu kriegen und dann nach vorne! Ja, da in Richtung! Den Schlitze entlang! Immer den Schlitze entlang! Alter! Mann! Das geht doch nicht! Mann! Das kann doch jetzt nicht sein, Mann! Wie bist du hier rausgekommen? Wieso springst du da auch so rein? Geil! Du springst einfach auch noch rein, Alter! Ich kann mich nicht heilen! Geht auch nicht! Weil das Game ist das größte Scheiß-Game, was ich kenne! Das ist wie bei diesen Gazellen da! Wenn die sehen, das sind los! Ich kann mich nicht mehr über die Frist oder so! Dann springt die andere auch noch in den Löwen rein, Alter! Ja! Scheiße! Pst! Ja! Auch einer? Ja! Ja, in der Halden! Geil! Mal kurz hier oben clearn! Oh mein Gott! Halt dich? Bitte? Die oben piekt! Schön! Aber gelockt! Das war geil! Wollt ihr mal hast du den gefinished? Du hast den gefinished! Oh lol! Sind zwei, sind zwei, sind zwei, sind zwei, zwei! Lauf ruhig! Nice! Gut! Gut! Geile Ablenkung! Ich fahr querberg! Ich lieg hier so gechillt! Begelt verursammeln! Was glaubt ihr bei uns, sodacht? MVP